BUN ROCKS IN MY JEANS 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 Geh ich zu meinem ähh Na sie können sich an die Seite hängen Ja hängen sie an die Seite Alles klar dankeschön Nicht fahren Ey fahren wäre ungünstig Aber schmeißt du mich denn raus Raus mit dir du schwein Einen Faden können sie nicht ändern Helden Tja die Diese Scheiben sind schusssicher Sie können schießen was sie wollen Ja aber die halten nicht dauerhaft raus Irgendwann gehen die kaputt Helden? Ja Schießen sie AAH AAH Die sind doch nicht Hä ich dachte das wäre Panzerglas AAH Sie hätt mich doch vorwarten können Alter das ist ja AAH Stell dich hier quer Absetzen absetzen So versucht die Tankstelle zu meiden Nicht all zu nah an die Tankstelle rein Leute Guckt fokuss die fokuss die Drei auf dem Dach 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 Die kommen alle von mir. Was, Tacy, was? So, du kleiner Pendejo. Mach auf. Oder ich knall dich aus deiner Otros, hast du mich verstanden? Es reicht mir mit deiner verdammte Scheiße, es reicht mir damit. Nee, er redet mich im Funk. Da hat gar was gesagt, Herr Tacy. Oh, shit. Wurde ist gefickt. Zahnsagen, ja? Ja, ja, ja. Oh, nee, er liegt. Nee, doch nicht. Der wäre jetzt ein neuer Dealer, den ich noch nicht kenne. Oh mein Gott, ich liege. Fertig? Okay, pass auf. Droni, das ist nur fertig. Kevin! Wurde ist gefickt. Jaja, jaja, jaja. Unruhensohn. Es reicht jetzt. Guuuuuuuun. Wurde ist gefickt. Jaja, jaja, jaja. Unruhensohn. Oh, Bruder! Tiger! Der? Du bist tot. Ah, okay. Warte, du nimmst hier nichts ab. Achso, okay, okay, dann nicht. Alles gut, tot nicht versprochen. Also egal. Ja, was wollt ihr? Eine Sache gibt es aber zu klären. Wer hat mich an der Fahrschule jetzt verraten? Das war der Tasty, wirklich. Geh dich hin, Doni. Das war Tasty. Doni, gini, gini. Ein Berger kiezt ich niemals. Geh dich hin, du verdammt. Nein, ich hab's doch mein Vater gelernt. Ja, dann hättest du dich gelernt, auch überflügt. Gini, 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 gini. Nein, ein Berger kiezt ich niemals. Tja, zieh dich jetzt hin, du Wichser. Geh dich hin, du. Geh dich hin, du. Geh dich hin, du. Geh dich hin, du, also du bist tot. Oh, ich hab mir aufgerutscht. Aber... Mikrofon muted. Die haben mich alle. Nein. Nein. Schön breit machen. Macht euch breit. Macht euch breit. weiter, 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 weiter. Die fallen doch schon, Jungs. Die pushen jetzt links drüber. Einer, noch einer liegt, noch einer liegt. Kommt, Jungs, push dagegen. Von hinten. Ah, ich wurde von hinten geholt. Digga, von wem denn da hinten? Ach, what the fuck. Wie viele kamen denn da von hinten? Wie viele kamen denn von hinten, Digga? Oha. Die haben uns ja komplett ein Sandwich gehabt. Oh mein Gott. Baut eine Mauer, wir haben hier die Dächer. Was macht ihr? Baut eine scheiß Mauer. Leute, fahrt doch zurück. Wir sind hier zwei Einheiten. Was bedeutet jetzt? Fahr zurück, meine Fresse. Ich sehe keine Masse vom Piddy. Ja, die gibt es ja auch nicht anscheinend. Ja, lass zurück doch einsteigen. Meine Gitte, was auch immer die hier machen, Alter. Was ist denn mitgehen, Mann? Ich verstehe nicht, was mit denen ist, Digga. Und dann schießen mich die scheiß Kollegen um. Ich kotze. Egal. Juckt mich nicht. Digga, komm. Komm. Bis jetzt. Spring. Dann bist du schneller. Spring. Komm. Komm. Was mache ich? So, die Renni durch. Komm. Hier, nimm deinen Handyfunk. Geh dir draus. Komm. Und jetzt rennen. Komm. Komm, komm, komm. Wir nehmen den um. Wir nehmen den um. Wala, Bila. Ich lasse den nur nicht allein. Nein. Komm. TENO. Steck ein. Steck ein. Du, Mann, sind klasse. Ja. Tut die weg. Tut die weg. Sie können doch schosten. Digga, ich mach her. Hatschuparatschuparatschuparatschupar. Okay, er hat eine Drohne dabei. Okay, ja dann. Ja, ja. Ah, ja. Okay. Und wir wissen ja auch alle, dass der Herr Hilton auch eine Drohne dabei hat. Meistens. Ja gut, ich mein, bevor man nicht nachfragt, so weiß man ja eigentlich nicht, ob man eine Drohne dabei hat. In den meisten Fällen. Ja gut, in den meisten Fällen, ja. Das stimmt. Oder eine Knopfkamera, wie man es gerne nennen will. Okay. Oh, Mann. Da hat uns der Kollege mal dieses Videomaterial zur Verfügung gestellt. Ja, von seiner Dashcam. Ach so. Wir haben das aus der Entfernung zwar beobachtet. Hä? Junge, der gibt doch Meta zu. Der gibt doch grad Meta zu. Er hat uns das Audio-Material zur Verfügung gestellt, seiner Dashcam. Mikrofon activated. Ach so, okay. Officer, bitte helfen Sie mir, wir sind in Gefahr. Bitte helfen Sie uns, wir sind in Gefahr. Mir geht's soweit. Soweit. Ich kann mich beschweren, aber mit uns wird gut umgegangen. Wir kriegen nur ein paar Respektstellen, wenn wir pfeifen oder reden. Die schlagen uns. Ich hab, glaub ich, blaue Flecken. Ich bin der Fennassi-Kerem. Ah ja. Okay, guter Kerem. Dann, äh, ja. Wir geben unser Bestes, als du jetzt nicht herauskommst. Ich hoffe mal, sonst, sonst zahle ich keine Steuern mehr, du geringverdiener. Sie bitte? Was? Was? Okay, Sie sind auf jeden Fall der Letzte, der hier rauskommt. Du hast aus Dich zu entscheiden, du elendiger. Sorg dafür, dass wir gerettet werden. Der Herr in Weiß nehmen ihn und ich. Wir werden das gleich so absprechen. Das denkst du, ja? Der hat gerade über meinen Namen gelacht. Der findet mich sympathisch. Okay. Der hasst Cops wie dich. Wo sind die hin? Hä? Wie schnell? Da, da vorne. Da, da. Ja, das sind die Fennig. Aussteigen, das knallt, ihr Hohensöhne. Ja, oder eben, aussteigen, das knallt, ihr Popsen. Was? Er sagt, aussteigen, das knallt, du Hohensöhne. Ah, er kappt mich weg, Alter. Kevin! Kevin! Es schießt, es schießt. Kevin! Kevin! Nein, nein, nein. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Ist offen. Oh mein Gott. Verfolge. Schieß, 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 weiter, weiter. Ah, er hat mich. Ah! 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 Ich wollte ihn gar nicht mitnehmen. Er ist einfach in mein scheiß Auto eingestiegen. Hilfe. Ja, sie brauchen nicht Hilfe, ich brauche selber Hilfe. Ich brauche selber Hilfe, Gottverdammte Scheiße. Mann, ich will nicht ins Gefängnis, ich habe nichts getan. Blackwater, hören Sie zu. Blackwater, hören Sie zu. Ja, ich lasse Sie einfach gehen. Ich lasse Sie gehen. Nein, lass Sie nicht gehen. Bist du bescheuert? Ich will nichts damit zu tun haben. Lass Sie nicht gehen. Bring ihn zum Flughafen, bring ihn nach Hause. Stecken Sie schon zu tief drin? Wie steckt er zu tief drin? Sie sind einfach in mein scheiß Auto eingestiegen. Ja, ich sitze hier. Er bringt weg, dann verpiss dich, wenn er nicht provokiert. Verpiss dich mit dem zum Flughafen. Wenn ich mit rot werde, steige ich da. Halt mal ein Westside wieder runter, Junge. Boah, Jungs. Da kann ich ja nichts für. Wenn Sie jetzt stehen, dann wird das. Ich habe nichts getan. Der Typ ist einfach eingestiegen. Nein, ich habe nichts getan. Der Typ ist einfach eingestiegen. Der Typ ist einfach eingestiegen. Ja, dann lassen Sie mich gehen. Ich lasse ihn raus und Sie lassen mich gehen. Das ist ein Deal. Wenn Sie jetzt stehen, dann verspreche ich Ihnen, Okay. 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 Okay, warten Sie. Nicht schießen, nicht schießen. Nicht auf den gelben Flasen. So, ich habe damit nichts zu tun. Lass mich in Ruhe. Warum jagen die mich immer noch? Warum jagen die mich immer noch? Kommt zum Flughafen, Mann. Escobar, Mann. Wer hat den bei mir einsteigen gelassen? Ich habe doch gesagt, nicht in meinen gelben. Tasty, bist du im Funk? Tasty. Tasty. Die Antwort nimmt. Oh Mann, okay. Hast du auch noch was gefunden? Ticker bestellt. Digga, die jagen mich noch. Die haben mir sogar noch... Digga, die haben da extra Schranken hingetan, damit man Trick 17 nicht machen kann. Digga.